Die Dauerwelle ist zurück. Weicher, natürlicher und vor allem schonender für das Haar bietet die sogenannte Modern Perm ganz neue Stylingmöglichkeiten. Heutzutage gibt es verschiedene Arten der Dauerwellenbehandlung, die eine Vielzahl von Dauerwellenfrisuren möglich machen. Ob kurze oder lange Haare, von sanften Beachwaves bis hin zu Korkenzieherlocken ist alles möglich. Anstatt das Haar um harte Plastikstäbe zu wickeln, verwendet man heute bei der modernen Dauerwelle flexible Schaumstoffstäbe, die es in allen möglichen Größen gibt. So können Hairstylistinnen verschiedene Größen miteinander kombinieren. Dadurch wirkt das Endergebnis viel natürlicher. Ein weiterer Vorteil? Die moderne Dauerwellenlotion ist viel sanfter zum Haar und inzwischen sind fast alle Produkte Ammoniak-frei. Ohne Ammoniak kann das Dauerwellenprodukt nicht so tief in das Haar eindringen, sodass die Dauerwellen nicht mehr so lange halten wie früher. Die Modern Perm ist also eher eine semipermanente Dauerwelle. Das kann aber auch Vorteile haben, denn gerade wer die Methode zum ersten Mal testen will, kann sich so langsam an den Look herantasten. Easier Möglichkeit sefang die